Urgroßvater Urgroßvater war so lieb, klug und gut. Wir sahen alle zu Urgroßvater auf. Er wurde eigentlich, soweit ich zurückdenken kann, Großvater genannt. Aber als der kleine Sohn meines Bruders Frederik in unsere Familie kam, stieg er zum Urgroßvater auf. Höher hinauf konnte er nicht kommen. Er liebte uns alle sehr, aber von unserer Zeit schien er nicht viel zu halten. Die alte Zeit war die gute Zeit, sagte er. Besonnen und solide war sie. Nun geht es immer im Galopp und alles geht drüber und drunter. Die Jugend hat das Wort, spricht sogar von den Königen, als ob sie ihresgleichen wären. Jeder von der Straße kann seinen Lappen in schmutziges Wasser tauchen und ihn über dem Kopf eines Ehrenmannes auswringen. Bei einer solchen Rede wurde Urgroßvater ganz rot im Gesicht, aber ein wenig später kam wieder sein freundliches Lächeln hervor und dann sagte er, naja, vielleicht irre ich mich auch. Ich stehe noch in der alten Zeit und kann in der neuen nicht recht Fuß fassen. Der liebe Gott möge sie leiten und führen. Wenn Urgroßvater von der alten Zeit sprach, war es gerade, als ob sie zu mir käme. In Gedanken fuhr ich dann in einer goldenen Kutsche mit Haiducken, sah die Zünfte mit den Schildern, mit Musik und Fahnen umziehen, war in den lustigen Weihnachtsstuben mit Pfänderspielen und Verkleidung. Es gab ja freilich in der Zeit auch viel Hässliches und Gräuliches, aufs Rad flechten, Blut vergießen, aber all das Gräuliche hatte doch etwas Verlockendes, Erregendes. Ich hörte auch so viel Schönes. Ich hörte von den dänischen Adligen, die die Bauern freigaben, von Dänemarks Kronprinzen, der den Sklavenhandel aufhob. Es war herrlich, Urgroßvater davon erzählen zu hören, von seinen Jugendtagen zu hören.